Update Sport heute am 17. Februar 2019 wir reden über die Handball Champions League die SG Flensburg Handewitt hat es geschafft ins Achtelfinale einzuziehen außerdem reden wir endlich wieder über die Formel 1 so langsam geht es wieder los die Tests beginnen in Barcelona ein Rennstall wird aber erst mal später beginnen als geplant und es geht auch um die Fußball Bundesliga da wurde gestern Abend in Berlin Geschichte geschrieben das alles jetzt Willkommen zu Update Sport am heutigen Sonntag ja Geschichte wurde geschrieben was für eine Geschichte genau das werden wir im Laufe dieser Sendung beziehungsweise am Ende natürlich wenn wir wieder über die Fußball Bundesliga reden selbstverständlich thematisieren jetzt kommen wir aber erst mal zu einem anderen Ballsport und es ist nämlich der Handball selbst die SG Flensburg Handewitt kann sich darüber freuen in der Champions League nämlich weitergekommen zu sein während ja im Fußball in dieser Woche ja die Viertelfinal Partien geradewegs der die Achtel Partien beziehungsweise Gruppenphase schon längst vorbei ist und man sich darüber freuen kann hat es das Team aus Flensburg ist nämlich auch geschafft nämlich entsprechend ins Achtelfinale einzuziehen gegen den slowenischen Meister RK Zellje hat man in letzter Minute mit einer letzten Aktion quasi mit dem letzten verwandelten sieben Metern ja den entscheidenden Treffer gemacht 27 zu 26 stand es am Ende richtig heftig während es in der Halbzeit deutlich bei 16 zu 12 eigentlich noch war der Sieger des Ganzen beziehungsweise der Gewinner des Ganzen der auch dann der beste Werfer entsprechend war war nämlich Hampus Wanne er selbst hat nämlich insgesamt acht Tore halt gemacht inklusive dem sieben Metern und Co-Trainer Marc Bult von der SG Flensburg Handewitt sagte bei Sky am Ende Zitat ich bin zufrieden dass wir im Achtelfinale sind aber nicht mit der Art und Weise wir machen und vorne zu viele Fehler ja zu viele Fehler hat man anscheinend gemacht dennoch man hatte die Chance in den verbliebenen beiden Gruppenpartien noch eine bessere Ausgangslage nun sich zu erspielen hat man natürlich bester beste Chancen hat man auch da im Spiel jetzt am Mittwoch halt gehabt drei Tage nach der Niederlage auch gegen HC Motor Sarpovschi aus der Ukraine von Flensburg nur schwer dann ins Spiel gegen cell cell hier nämlich rein die Reisestrapazen hat man nämlich auch entsprechend noch bemerkt der nämlich zwei Tage zuvor sind sie nämlich erst also sprich am Montag erst aus der Ukraine zurückgekehrt und das ist halt entsprechend nicht geradewegs gut zu wissen und das hat gewesen und hat man den Norddeutschen anscheinend auch sehr angemerkt nach Minuten des Rumspielens fand dann das Team der SG natürlich dann auch deutlich ins Spiel zurück und erkämpfte sich dann auch bis zum Ende der ersten Halbzeit eine vier Tore Führung die wie schon angedeuteten 16 zu 12 doch das Spiel blieb bis zum Ende groß offen auch nachdem es dann wirklich richtig heftig war und es unentschieden stand und Wanne behielt da entsprechend die Nerven und hat im Dank des sieben Meters nämlich mit Hilfe des linken Innenpfostens dann entsprechend das Ganze auch noch hingekriegt zwei Spiele muss also noch die SG Flensburg Hande wird noch machen um dann sicher das Ticket fürs Achtelfinale zu sagen wir mal zu saven und da sind wir natürlich auch dann mit dabei bei der Show TV wenn das Ganze auch dann über die Bühne geht über die Bühne gehen tut jetzt aber auch erstmal die Formel 1 denn es gab eine große Meldung die aber geradewegs nicht in dieser Sendung sondern in einer Sendung die hätte gestern stattfinden können nämlich reinpassen können der Pay TV Sender Sky zeigt ja jetzt wieder die Formel 1 für die nächsten zwei Jahre also sprich wo man ja letztes Jahr einsteigen können hat man nun nicht gemacht nun wird man wieder über die Formel 1 ausführlich berichten so wie man es bei Sky eigentlich gewohnt ist sogar mit einem eigenen Kanal der sich Sky Sport Formel 1 HD nennt die Testfahrten generell für die neuen Boliden die jetzt im Laufe der letzten Tage vorgestellt wurden das werden wir jetzt hier nicht angehen sondern wir werden jetzt eher darüber berichten dass eines dieser Teams nämlich einen Tag später starten wird als geplant denn bei Williams wird es nämlich erst am Dienstag mit den Testfahrten in Barcelona losgehen das Williams Team wird nämlich von den beiden Fahrern Robert Kubica und George Russell nämlich gefahren sie werden dann diese Testfahrten in ihren neuen Boliden dann entsprechend auch erfüllen als das bekannt wurde dass Williams erst am Dienstag also übermorgen erst in die Formel 1 Trainings Testfahrten starten werde hat die Team Chefin die stellvertretende Claire Williams am Sonntag gesagt leider werden wir erst am Dienstag morgen bereit sein wir sind trotz harter Arbeit im Winter nicht auf den Punkt fertig geworden also hier und da gab es anscheinend dann noch ein paar Probleme mit dem neuen Wagen wo man anscheinend dann noch den besonderen Schliff entsprechend haben wollte absolute Priorität des gesamten Teams sei es so heißt es die bestmögliche Leistung auf die Strecke zu bringen manchmal dauert es eben ein bisschen länger ein bisschen länger heißt 24 Stunden länger bedeutet ein Tag länger und und der verspätete Test Einstieg ist nicht ideal aber so heißt es nämlich es ist auch nicht das Ende der Welt kann man so sagen einen der beiden Fahrer dessen Namen ich ja schon erwähnt hat kennt man anscheinend nämlich Robert Kubica nämlich der nämlich acht Jahre nach seinem schweren Rallye Unfall nun sein Comeback wieder geben wird bei der Formel 1 und er setzt dazu den Racing Point den gewechselten Kanadier Lance Stroll und auch den Russen Sergej Sirotkin der nämlich ausgewechselt wird der Debütant George Russell aus England nämlich er ist der letztjährige Gewinner der FIA Formel 2 Weltmeisterschaft beziehungsweise der Formel 2 Meisterschaft also es ist ein komplett neues Fahrpaar Team was hier bei Williams starten wird die Formel 1 geht in ungefähr vier Wochen los dann wird es auch die ersten Berichte geben wir werden darüber leider nicht nicht über das erste Rennen in Australien berichten können wenn dann nicht hierbei Update denn genau in vier Wochen gibt es kein Update Sport das werdet ihr dann wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen noch irgendwie mitbekommen warum das werdet ihr dann auch noch erfahren aber wir werden in dem Lauf im Laufe der nächsten Wochen auf unserer Homepage nämlich auf der TV.de da auch ein bisschen mehr über die Formel 1 berichten wollen und gleich bei uns hier bei Update Sport geht es um die Fußball Bundesliga und es geht um Claudio Pizarro der gestern nämlich beim 1 zu 1 gegen Hertha BSC nämlich Geschichte geschrieben hat zur Bundesliga nämlich in der 55-jährigen Geschichte der Fußball Bundesliga was er nämlich genau getan hat das gibt es gleich nach den News der Woche der ehemalige Schalke Manager Rudi Assauer wurde am Dienstag im engen Familienkreis und in Anwesenheit einiger langjährigen Weggefährten beigesetzt nach der Trauerfeier in der Kapelle Ruhrstädte Natur am Schloss Westerholt wurde die Urne mit den sterblichen Überresten in den naheliegenden Friedwald getragen wo eine Baumbestattung vollzogen wurde Nach Medienberichten waren unter den Trauergästen die Schalker Legende Klaus Fichtel, Ex-Trainer Joop Stevens und Manager Rainer Kahlmund Rudi Assauer starb in der vergangenen Woche im Alter von 74 Jahren erlitt seit einigen Jahren an Alzheimer Die Fußball Bundesliga hat ihren Umsatz seit der Saison 2010-11 fast verdoppelt Dies geht aus dem von der Deutschen Fußball Liga am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsreport hervor Demnach verzeichnete die Bundesliga in der Saison 2017-18 einen Gesamtumsatz von rund 3,81 Milliarden Euro Vor sieben Jahren waren es noch knapp 1,94 Milliarden Beide Ligen haben zusammen in der abgelaufenen Spielzeit den Rekordwert von 4,42 Milliarden Euro erreicht, wie es in diesem Bericht hieß Außerdem geht aus diesem Bericht hervor, dass 17 der 18 Bundesligisten einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro in der letzten Spielzeit verzeichneten In der zweiten Bundesliga ging hingegen der Umsatz zurück Die DFL erklärte dies mit der veränderten Zusammensetzung der Spielklasse in Folge von Auf- und Abstiegen In der zweiten Liga stiegen damals der FC Ingolstadt und Darmstadt 98 auf In der ersten Bundesliga kamen der VfB Stuttgart und Hannover 96 zurück Außerdem wurde in dieser Woche noch die Champions League gespielt AS Rom gewann gegen den FC Porto mit 2 zu 1 Manchester United verlor gegen Paris Saint-Germain mit 0 zu 2 Ajax Amsterdam verlor ebenfalls gegen Real Madrid mit 1 zu 2 Und Tottenham Hotspur gewann gegen den BVB mit 3 zu 0 In der Europa League haben der FK Krasnodar und Bayer Leverkusen ein 0 zu 0 gespielt Chartio Donetsk gegen Eintracht Frankfurt kamen über ein 2 zu 2 nicht weiter hinaus Ja Europa League sehr interessant muss man auch mal wieder sagen Nächste Woche geht es weiter dann gibt es auch das spannendste Spiel überhaupt in diesem Achtelfinale der Champions League Der FC Liverpool empfängt nämlich den deutschen Rekordmeister in FC Bayern München So trifft Jürgen Klopp endlich mal die Bayern wieder wie es diesmal ausgehen wird Das könnt ihr in dieser Woche sehen wie ich mitbekommen habe glaube ich bei Sky So sieht es nämlich aus und auch Schalke tritt dann ins Achtelfinale ein mit dem Spiel gegen Manchester City Ich glaube aber nicht diese sondern Woche drauf Hab es nicht im Kopf Weitere Sportmeldungen in dieser Woche von dieser Woche oder in den nächsten Tagen Gibt es dann auch auf unserer Homepage wie immer auf derjo.tv.de Und wir kommen nun zur Fußball-Bundesliga Claudio Pizarro 40 Jahre alt spielt aktuell bei Werder Bremen Ich muss mich eher so hinsetzen Spielt aktuell bei Werder Bremen und hat einen Rekord aufgestellt Ja das kann man wirklich so sagen Denn der 40-jährige Peruaner ist nämlich durch das 1 zu 1 Was er nämlich gestern im Samstagabendspiel gegen Hertha BSC nämlich geschossen hat Mit 40 Jahren und 136 Tagen der älteste Torschütze der Bundesliga Ja der Bundesliga Historie muss man auch so sagen Also Werder Bremen hat hier wirklich einen Mann nochmal hergeholt Der wirklich genial ist das muss man auch so sagen Und geradewegs halt auch die Mannschaft nochmal im Spiel gestern nochmal so richtig aufgepusht hat Muss man auch so sagen Beim Spiel gestern gab es wie schon gesagt nur dieses 1 zu 1 Nach einer halben Stunde hat der wie Selke dann die Herthana zur Führung gebracht Erst scheiterte erst ein paar Minuten vorher an dem Forsten Dann kam er dann dazu und hatte nach einem erneuten Zuspiel von Caillou Dann das 1 zu 0 verwandelt Vor fast 50.000 Zuschauern in der Hauptstadt Haben sich die Berliner auch erstaunlich verhalten Und auch auffällig haben sie das Pressing dann Es gemacht und überließen dann aber auch leider dann den Gästen eher mehr Dann den Ballbesitz Bremen wirkte aber zufälligst zunächst aber auch etwas gefälliger Max Kruse der unter anderem auch sehr gut spielt Ließ sich immer wieder fallen und verteilte geschickt auch die Bälle Davon profitierte zuletzt halt der starke Milot Rashica Der jedoch aus guter Position nach 6 Minuten schon leider eine Führung vergab Im Laufe der ersten Halbzeit haben die Herthana aus Berlin dann auch ein bisschen zugelegt Valentino Lazzaro hat sich nämlich auf der ersten rechten Seite orientiert Und ging mehr und mehr nach vorne Samon Kalou dann suchte verstärkt den schnellen Davy Selke Der dann gegen seinen Ex-Klub den Vorzug Werder Ibizevic erhalten hatte Und entsprechend da ging es dann ja auch in die Richtung mit dem Pfosten Vier Minuten später dann dem Tor Die Berliner wurden dann immer stärker Traten aber auch selbstbewusst auf und fanden immer besser in die Zweikämpfe Bremen agierte auch im Spiel etwas nach vorne erstaunlich ideenlos Und man konnte sich dann auch gegen die Defensive der Gastgeber im Olympiastadion auch nur selten durchsetzen In der 37. Minuten hatten unter anderem auch die Berliner Fans schon den Jubelschrei auf die Lippen Doch Spielmacher Andrej Duda setzte den Freistoß nur an die Latte Bremenstrainer Florian Kohfeldt setzte dann nach gut einer Stunde ein Zeichen Und wechselte dann endlich mal den Altmeister ein Der dann auch groß von den Fans auch bejubelt wurde Und entsprechend dann auch seine Mitspieler dann mitzureißen Um auch mal wieder ein bisschen mehr die Bälle nach vorne zu stellen Doch in der Werder Offensive mangelte es auch weiterhin an Durchschlagskraft Aber Pizarro bewies dann doch noch einen Riecher für sein Tor Und in der sechsten Minute der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit In der 90 plus 6 kam es dann entsprechend zu diesem Knaller Tor Ja beziehungsweise zu diesem Tor Was nun auch quasi Claudio Pizarro so ein bisschen unsterblich gemacht hat Für Bremer Fans muss man noch so sagen Respekt muss man da auch nochmal sagen Ja kommen wir dann zu dem Samstagabendspiel im Überblick Ich frage mich warum die Grafik gerade nicht zu sehen ist Aber das ist das tut jetzt nicht zur Sache Da versuchen wir jetzt mal geradewegs einfach mal irgendwie das die Grafik reinzubringen Das wird aber in der Aufnahme jetzt ein bisschen glaube ich lecken Deswegen ich mich dafür dann jetzt auch mal ein kleines bisschen entschuldige Und das ist jetzt anscheinend geradewegs auch passiert Weil ich gerade die Meldung bekommen habe Deswegen es nicht funktioniert hat Finde ich es halt auch ein bisschen komisch Blende ich es trotzdem mal ein Hertha gegen Bremen mit 1 zu 1 Warum es sich nicht einblenden wollte Das kann ich jetzt auch geradewegs nicht beantworten Ich habe es einfach vergessen reinzusetzen Die anderen Ergebnisse die ihr dann vom Samstag natürlich habt Könnt ihr nochmal hier bekommen Schalke Freiburg 0 zu 0 Hoffenheim Hannover 3 zu 0 Die zweite Niederlage von Trainer Thomas Doll Stuttgart Leipzig 1 zu 3 Stuttgart damit auch nun trotz des neuen Sportdirektors Thomas Hitzlsberger Weiterhin in der Krise Wie es dort mit Weinzel weitergehen wird weiß man noch gar nicht Und Wolfsburg Mainz 3 zu 0 Am Freitag gab es nämlich auch schon ein Spiel Ja und zwar nämlich Augsburg und der deutsche Rekordmeister Hier wiederum ist auch Geschichte geschrieben worden Denn mit Leon Goretzka gab es nämlich das schnellste Eigentor in der Bundesliga-Geschichte Nach einer Minute Das führte dann zum Führungstreffer der Augsburger mit 1 zu 0 Am Ende stand es aber dann trotzdem 3 zu 2 für den deutschen Meister So dann blicken wir aber erstmal auf die Tabelle Denn wir haben an diesem Spieltag mal wieder was ganz Besonderes Dazu kommen wir gleich jetzt erstmal die Tabelle Sie schaut folgendermaßen aus Dortmund, weil Dortmund noch spielen wird Erstmal noch auf der 1 mit 50 Punkten Zwei Punkte dahinter Die Bayern, sie sind richtig nahe gekommen Dann 5 Punkte dahinter Gladbach durch das Spiel, was sie heute nämlich gemacht haben Gegen Frankfurt nur ein 1 zu 1 Da kommen wir gleich nochmal dazu Gab es dann nicht mehr Leipzig nun auf der 4 Wolfsburg durch den Sieg auf 5 Frankfurt auf 6 Hoffenheim nun auf der 7 Leverkusen auf 8 Hertha auf 9 Durch diesen einen Punkt Bremen nun im Mittelfeld quasi auf der 10 Mainz auf 11 Fortuna Düsseldorf auf der 12 Freiburg auf 13 Schalke auf 14 Ist aber auch gut vom Relegationsplatz entfernt Genauer gesagt 8 Punkte Augsburg wiederum nicht Da ist man 3 Punkte davon entfernt Stuttgart weiterhin auf dem Relegationsplatz Platz 16 mit 15 Punkten Ein Punkt dahinter Hannover 96 Und auf dem Schlusslicht Der 1. FC Nürnberg Ja, ich muss hier drauf drücken So sieht es aus Und ja, wir haben Wie schon gesagt Noch 2 Wir haben noch 3 Spiele Die 2 von heute Eins ist ja schon nach Redaktionsschluss Zu Ende gegangen Und zwar nämlich Frankfurt gegen Gladbach Das habe ich schon erwähnt 1 zu 1 ging es hier aus Leverkusen gegen Dortmund Und ist dann zum Zeitpunkt Dieser veröffentlichten Ausgabe Dann entsprechend Ja, vielleicht schon durch Da werden wir dann auch Ein Ergebnis danach reichen Aber weil ich schon gesagt habe Ein Spiel fehlt nämlich noch Genau Und zwar nämlich Haben wir in diesem Spieltag Ein Montagsspiel Morgen nämlich treffen Nürnberg und Dortmund aufeinander Das ist das erste Spiel Nach der Entlassung Des Trainers In Nürnberg So auch des Sportvorstandes Und Dortmund steht nun hier Auch unter Druck Und natürlich auch weiter Nicht den Abstand Zwischen den Den Bayern halt deutlich Sagen wir mal Zu schmelzen zu lassen So war das So sollte ich das sagen Genau So sieht es aus Ja Dann sind wir durch Mit Update Sport Für den heutigen Sonntag Nächste Woche Sonntag Gibt es natürlich auch Wieder eine Ausgabe Von unserem lieben Netten Sportmagazin Hier bei der Derchotv Ihr könnt natürlich auch Jederzeit immer wieder Sportnews lesen Auf unserer Homepage Auf derchotv.de Und natürlich auch Auf unserem YouTube Kanal Wo es alle Videos gibt Morgen geht es natürlich Hier weiter auf YouTube Und auf unserer Homepage Mit einem neuen Video Und zwar nämlich Mit Pokémon Hard Gold Da könnt ihr auch gerne Da mal reinschauen Morgen um 12 Uhr Am Dienstag gibt es dann Auch wieder Gameboy Time Die komplette Woche Ist dann selbstverständlich Wieder ganz regulär da Da gibt es auch wieder Dann Update Medien Also ihr bräuchte euch Keine Gedanken darum zu machen Es kann zu Ausfällen kommen Muss es aber nicht Aber erstmal vielen Dank Fürs Zuschauen Das war es von Update Sport Für diese Woche Wir sehen uns dann Morgen wieder Oder am nächsten Sonntag Um 20 Uhr hier Auf derchotv.de Und auf YouTube Vielen Dank fürs Zuschauen Auf Wiedersehen Und Tschüss Underem Wir sehen uns dann AlsoApp